Das Schloss des verrückten Doktors, Edinburgh Castle nach Captain Kids Schatzkarte durchsuchen. Diese maritime Mission starten im Prinzip schon sofort. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt, Edinburgh Castle. Wie spricht man das aus? Ich wollte euch nur noch mal kurz hier diese Karte zeigen. Das Geisterschiff wird dann die nächste Folge sein. Danach schaltet sich eine weitere Mission frei, nämlich der Standort von Captain Kids Schatz. Die werden wir dann in der übernächsten, in der 60. Folge und in der letzten Folge von Assassin's Creed 3 spielen. Aber jetzt erstmal das Schloss des verrückten Doktors. Viel Spaß, sag ich mal, ne? Ich werde ja gleich noch ein bisschen was reden, aber jetzt kommt wahrscheinlich erstmal eine kleine Startsequenz. Jamaika 1776. Joseph Palmer setzte sich in Jamaika zur Ruhe, in der Nähe dieser Burg. Faulkner sagte, die Schriftrolle landete vermutlich in Lord Louis Hutchinsons Privatmuseum. Okay, also jetzt gerade mal die Vorinfos hat er gerade mal erzählt, der Gute. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns irgendwie zurechtfinden. Es ist ziemlich dunkel, muss ich sagen. Und es ist auch gerade, wo ich es aufnehme, ziemlich hell hier in meinem Zimmer. Das heißt, ich sehe so gut wie nichts. Jetzt gerade ist es ein bisschen heller. Hier irgendwo ist auch ein Schatz. Dieser Ort hat viel Böses gesehen. Oha. Ja. Also ich habe diesen Ort noch nicht so viel gesehen. Oh, schöne Uhr. Wo haben wir denn? Drei Uhr. Blätter wachsen hier auch. Ein ziemlich gruseliges Museum. Schau, wo geht es weiter? Ich sehe nichts. Adler Auge wird da immer so ein bisschen heller. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber vielleicht da hoch. Ja, das sieht gut aus. Da ist es auch hell. Immer zum Licht. Oder so war das doch, ne? Und jetzt macht die Motte. So, vielleicht kommen wir jetzt auch mal hier kurz zu dem Schatz. Oh, hier geht es weiter nach oben. Aha. Also doch. Den Schatz werde ich mir nicht entgehen lassen. Au. Der ist dahinter. Da kommen wir gar nicht hin, glaube ich. Oder doch. Ne, es sieht nicht so aus. Na gut. Und jetzt. Aber da ist ein Schatz. Den können wir uns auch holen. 750 Pfund. Immerhin. So, und hier. Sollen wir Hutchinsons... Hutchinsons... Hutchinsons Museum finden. Und dort befindet sich ein weiterer Schatz, oder was? Hier müsste er eigentlich sein. Vielleicht weiter unten oder weiter oben. Ja, hier ist er. 1500. Das wird ja immer mehr. Oh. Hutchinsons Privatmuseum. Jetzt Schriftrolle muss hier irgendwo sein. Da hinten, da. Flästert doch irgendwas. Ja, das scheint ein Hinweis zu sein. Ein kaputter Schaukasten. Und hier ist auch irgendwo noch dieser Schatz, den wir glaube ich schon mal. Oder irgendwie auf jeden Fall ist er ein Schatz. Oh, da ist auch schon der nächste Hinweis. Ein Blutfleck. Da hinten ist schon direkt der nächste. Ein von zwei. Was ist das denn hier? Eine zerbrochene Vase. Was mag sich hier abgespielt haben? Oh, was ist das? Oh, so ein Flashback oder was? So heißt es doch. Au. Au. Das muss vom Balkon gekommen sein. Vom Balkon. Das heißt, wir müssen da hinten hoch. Oh, und wir haben ein Zeitlimit dann mal schnell. Los, wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Äh... Oder wer? Später wer? Oh, hier kann man hoch. So, und jetzt hier hinten. Ah, je, je. Um Gottes Willen. Oh, und da hinten geht's weiter. Ai, je, je. Boah, ich hätte da so Schiss immer runterzufallen. Äh, wo geht's lang? Ah! Oh Gott. Ah, jetzt bin ich wieder unten. Na, super. Herzlichen Glückwunsch. So, kann man nicht direkt hier lang irgendwie? Nee. Leider nicht. Ja, super. Der Zeitlimit... Äh, das dürfte verkackt sein, sozusagen. Dann holen wir uns wenigstens noch den Schatz da da hinten irgendwo ist. Nee, kommen wir mal wieder mal nicht hin. Also, schön. Also, schön. Dann nochmal. Das wird nur einmal angezeigt mit diesem RT halten, um nach hinten zu springen. Verstehe. Habe mich gerade schon gewundert. So, und jetzt? Wo geht's jetzt lang? Hier nicht. Ich will da nicht rüberspringen jetzt. Ach, hier. Das hätte ich nicht gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, was war das denn? Hier ist irgendwo ein Schatz. Ich weiß es. Weiter oben? Vielleicht. Oder weiter unten? Ich will jetzt nicht wieder nach unten gehen. Jetzt hole ich mir erstmal den Schatz da. Immer noch nicht. Aber der ist auf meiner Höhe, auf jeden Fall. Okay, was ist das hier? Mechanismus hinter einer Maske. Ja, ja, das kennt man ja. Der Mechanismus der Maske ist kaputt. Ah, das ist ja schade. So, wo ist der nächste Hinweis? Oh, da hin. Da drin, oder was? Ei. Tatsächlich. Eine fehlende Muskete. Damit wurde wohl geschossen. Und wieder ein Flashback. Okay, das heißt, dort hinten geht's lang. Dort, wo das Regal stand. Äh, wo muss ich jetzt hin? Hier rein. Hier wieder zurück. Hier raus. Besser gesagt. Und jetzt hier das Bücherregal einmal verschieben, bitte. Sehr schön. So, jetzt will ich aber doch mal gerade gucken, was ist da unten. Ob da nicht doch der Schatz ist vielleicht. Nee, natürlich nicht. Na gut, dann können wir nochmal den Bären hochklettern. Das macht uns ja anscheinend irgendwie sehr viel Spaß. Und nochmal hier entlang die schönen Beißerchen des Elefanten langklettern. Und nochmal hier lang. Und noch einmal hier hoch. Und jetzt wieder dieser Supersprung. So. Und jetzt geht's da hinten weiter. Und dort ist auch vielleicht dieser Schatz, den ich schon die ganze Zeit suche. Welches Mann? Ach, hier geht's mal. Ich seh die ganze Zeit nix. Das kann man hier nicht hoch. Das sieht so aus, als könnte man da hoch. Schade. Oh, was war das? Hier hoch? Ach, hier geht's. Oha. Da hat gerade die Orgel ein wenig gespielt. Ich war jetzt gerade mal wieder ein bisschen leiser geworden. Passiert mir so, während ich rede einfach, wird man automatisch leiser. Ist hier unten der Schatz vielleicht? Ich bin mir sicher. Nein, da unten versteckt ist er. Na gut. Oh. Na gut. Ich verstehe nicht, wie hier jemand leben konnte. Kein Wunder, dass Hutchinson verrückt wurde. An einem Ort wie diesem. Oh, hier oben geht's jetzt weiter, oder was? Nee, hä? Ach, da ist... Oh, da ist ein Loch. Krass. Oh, das schöne Bild. Ist jetzt einfach kaputt gegangen. Soll ich mal wieder Hinweise analysieren? Oh, die Uhr wieder. Ja, hier waren wir schon mal, ne? Blutige Handabdrücke in der Uhr gefunden. In der Uhr? Was hat denn jemand in der Uhr gesucht? Ist da wohl ein Geheimversteck, oder was? Hm? Weitere Blutflecken. Und irgendwo hier sind auch überall Schätze. Machen wir nochmal Adlerauge. Oh, da hinten ist der Hinweis. Die fehlende Muskete ist da. Aber jetzt gibt es wieder ein Flashback. Was wollte der denn von dem, bitteschön? Hinter der Uhr ist ein Geheimversteck. Oh, was für ein Urteil ist das? Zehn vor... Fünf, oder? Zehn vor fünf war das doch. Okay. Interagieren. Ich meine, das war zehn vor fünf. Okay, vielleicht andersrum. Die Zeige einfach mal. Ah, da gibt es noch mehr Uhren. Okay, dann gehe ich mal zu denen. Äh, wo sind die da? Stehen alle auf zehn vor fünf, oder? Hast du das jetzt gerade falsch gemacht? Ah, nee. Doch nicht. Hö? Na gut. Achso, man musste erst bei den Uhren gucken, damit es funktioniert. Sonst hätte das alles hier nicht funktioniert. Coole Höhle auf jeden Fall. Eieiei. So. Hier geht's lang. Raus und lang, wollte ich zusammen sagen. So wieder ein Flashback. Oh, der Arme. Wurde die Höhle hinuntergeworfen. Da müssen wir jetzt wohl oder übel hinterher. Ähm. Ja, ich würde hier gerne lang, ehrlich gesagt. Dann muss ich doch lang, oder nicht? Oder wo geht's lang jetzt? Hier vielleicht? Ah, ja. Ach, ich war noch gar nicht in dem Raum, wo er runtergeworfen wurde. Hier ist er runtergeworfen worden. Ach Gott, da. Der Arme. Da liegt sein. Skelett. Ganz zerfressen. Bei einem Baum vom Feuer geküsst. Das Schloss des Verrückten Doktors. Mission beendet. Ja, und damit war's das auch von dieser Folge. Wahrscheinlich wieder etwas kürzer. Nicht ganz so kurz wie die letzte. Die war ja wirklich sehr kurz. Tut mir auch nochmal leid. Aber ich wollte das halt so regeln, dass jede Mission eine Folge ist hier. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Einen weiteren Teil der Schatzkarte haben wir gefunden in dem Schloss des Verrückten Doktors. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Jetzt gibt es meiner Meinung nach nur noch einen einzigen Teil, den wir finden müssen. Dann haben wir alle Teile von Captain Kids Schatzkarte und können uns dann in der letzten Folge dem großen Schatz widmen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Skraven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.